Hallo liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle Freunde des Show-Video-YouTube-Kanals. Wir möchten oder ich möchte euch heute etwas ganz Besonderes vorstellen und zwar unsere Barfuß-Gummistiefel. Also seit dieser Saison, Frühjahr, Sommer, haben wir jetzt auch Barfuß-Gummistiefel im Angebot, aufgrund auch der vielen Nachfrage. Zum einen von Curl für die größeren Kiddies, einmal für Jungs, einmal für Mädchen und dasselbe für die ganz kleinen Bambinis von der 18 bis zur 23 von Buntgard. Warum Barfuß-Gummistiefel? Auch hier ist natürlich der Wunsch wieder danach besonders flexiblen, nicht zu steifen Modellen. Und natürlich, was hier wieder auch schön ersichtlich ist, die absolute Nullsohle. Während der klassische Gummistiefel ja immer gerne mit einem kleinen Absatz aufwartet, wird hier also gänzlich drauf verzichtet. Und wir haben in allen Fällen diese schöne anatomisch korrekte Ausführung. Was ich auch wieder sehr schön finde, ist, dass wir hier bei allen Modellen eine relativ schmale Ferse haben. Zumindest muss ich leider erstmal einschränken, der Buntgard hat es auf jeden Fall. Das sieht man auch hier. Damit liegt es hier im Fersenbereich auch schön am Fuß an, also umschmeichelt praktisch das Füßlein. Und dadurch, dass der Curl hier auf der Breitensohle arbeitet, habe ich natürlich auch wieder hier eine schöne Passform von der Auftrittsbreite her. Ja, nichts wird hier vorne zusammengeschoben. Die Zähnenbox ist schön anatomisch korrekt gearbeitet. Finde ich toll. Und damit denke ich doch mal, werden wir wieder ein Verkaufsschlager in dieser Saison landen. Nachbestellungen sind wahrscheinlich nicht ganz ausgeschlossen. Also wie es so heißt, zeitiges Kommen sichert gute Plätze und die Saison braucht es ja momentan. Also gerne bis zum nächsten Mal oder beim Besuch dann hier im Show wie du. Bis dann.